... und den Elementen voll ausgeliefert, ausgenutztlich von mir, nein, gibt es kein Zurück mehr. Wir entrücken dich der Schwerkraft und jagen deinen Puls in unendliche, entgegen, wir können den Herzschlag schreien. Wir kommen an und spüren deine Angst, deine Angst. Du lebst jetzt einen füllenden neuen Trip mit absoluter High-Speed-Travity. Die Geekhäfte unserer Maschine werden dir den Atem lehren. Die Geekhäfte unserer Maschine werden dir den Atem lehren. Die Geekhäfte unserer Maschine werden dir den Atem lehren. Die Geekhäfte unserer Maschine werden dir den Atem lehren. Das ist alles, was fragst du dir den Atem lehren. Dann machen wir sie. Das war die erste Mal, die wir hier haben. Ihr habt es so gewollt. Ich habe es so gewollt, dass es so gewollt ist, dass es so gewollt ist. Wie sieht's denn aus? Wollen wir noch mal, oder? Nein! Noch schneller? Ja! Genau! Das ist alles, was wir saben. Das ist alles, was wir haben? Das ist alles, was wir haben zu tun haben? Da ist die Handlung! Das ist alles! Hey der Kryptowalik! Das ist alles! Ja, ich hab das so good, boys. Hahaha. All the systems, stay fine, to transmit. Now, all your ears and get ready for takeoff. And then, five, four, three, two, one. My attention now! Don't use it as well as well. One, three, four, three, four, three, four! Ohh, what a shame. Die Firma Oberschel hat sich herzlich für einen Besuch unter den Schienabredenstraßen auf der Kerlis. Wir sehen uns beim nächsten Mal.